Ein einmaliger Lautstieg! Wir begrüßen Thomas! Er spiebe vom 95 bis 2004, an einer 1.32-Miga-Spiele, an einer 1.32-Miga-Spiele, wir haben mit 16 Jahren vom Fortbeginn-Zeit zu den 05. Wir freuen uns auf Sato! Bei allen 30 Jahren, lieber an! Weil! Weil was? Der eine Ruf von Freunde, als ich die Ausstelle, so wie es geguckt habe, habe ich gedacht, immer mal die Ausstelle mal angesagt, da bist du auch schon in den Alt geworden. Bei einem sieht man das alle nicht an, denn bei ihm, man sieht nur, die Joggen sind fertig, aber er ist trotzdem noch fit, wie ein Torchschuh. Er spielt von 94 bis 7.30, bei 2.15. Wir begrüßen Bruder! Mit der Nummer 9 steht bei mir, an der 2.15. Und der 2.15. Und der 2.15. Und der 2.15. der 1.15. Und der 2.15. Und der 3.15. Und der 3.15. Und der 3.15. in den Kampf von Eintracht, äh, 1984, 1985 war das! Wir freuen uns, dass er hier ist. Hier ist Harald, Harry, Kegner, meine Damen und Herren! Wir begrüßen einen Mann, der von 1 zu 5, 41 Bundesliga spielt. 6 Tore! Er hat sogar ein Tor mit einem Torkampf geschossen. Und abgift eine an der Fußballschule Peter Huber! RONNIE WEIMER 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 Er lag hohe Tiefenbote. Momentan in der Uni 19 des VfB Stuttgart. Eine Legende am Mindset Woffing, Madame. Ich freu mich, dass er ihr hier ist, Jürgen Raffi! Er hat die Überscheidung der Spiele für unseren Verein geleistet. Er kam mit 19 Jahren hier zum Eventraum 1.5. Er war zu 1976 bis 1980 und 1982 bis 1986 ein echter November. Hier ist für den Nummer 15, Werner, auf! Er hat vier Jahre hier gespielt. Er hat sich mit einem Tor unstärkig gemacht. Und zwar bei der Runde Jahrfeuer. 1 zu 0, nach ganz, ganz wenigen Sekunden, was keiner im ganzen Leben je gesehen hat. Ein tolles Tor. Bis heute kam der Riesmannsbrück. Das wird noch gefallen. Dann waren wir in der nächsten Sitzung. Momentan spielten wir ja noch. Wir sind in Ingolstadt. Und Damen und Herren, wir prüfen mit einem Riesenapplaus den Torsitzenden unseres Sensations-Sieges gegen 2.500 Jahre. Hier ist Torbjörn! Ja! 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 Der nächste, der kommt, der da befindet sich. Der nächste Mann Hausarzt. Ja, der früher war bei mir zum Bewerbhaus, der beide auf dem Huffenberg und der Arzt. Er hat mich immer in der Pause auf die Fresse gehauen. Und dann hab ich gesagt, wenn ich mal später Arzt bin, mach ich alles hier. Ich hab mir die 10 Euro für das neue Portal schon gegeben. Er ist ein Riesentyp, ein ewiger Mainz 05er. Er hat 15, damit er fast 17 Jahre hier gespielt. Er war leider dann von dem, dass er Arzt gewonnen. Begrüch'n einen Riesenapplaus, Mike Youngs! Applaus So, jetzt kommen wir natürlich ganz gerne in der Kräger. Und so, jetzt kommen wir zum Ende von dieser Mannschaft. Das ist Thomas Vogel. Und Vogel ist ja gerade auch von sich beim Wacken. Wie auf der Autobahn steckt's mir da gerade. Sollten wir auf der Autobahn? Das ist so, verrückt nämlich schon wieder rein, oder? Das ist so, dass er nicht so ist. Das ist so, dass er nicht so ist. Also der Helmene kommt von der Wolfgang Reinkrist. Jetzt kommen wir zu einem Jungen Mann von Mainz 05. Und er spielt mir gute Hunde. Ich weiß, dass er nicht so ist. Also der Spieleball ist der auch. Und er kommt mir immer hin. Und er spielt den Ball rein. Und er spielt den Ball rein. Aber wir wollen uns jetzt noch wieder an. Also es hat wieder seit 30 Jahren eine Dauer-Karne. Wir haben gekauft, der Mann! Es spielt noch immer, ich weiss gar nicht, wer es weiß, aber genauso Bewegungsleger-Kenniker wie ich. Aber er hat ein wunderschönes Sieg für Emo gemacht, der hab ihn eben schon gesehen. Ihr würdet zu sein, die vom Klammer ist separatiert, hier ist für euch Sebastian Feist! Ich weiß nicht, ich habe den Ball nicht gesehen. Der Mann, der damals im Dezember gegen Abend den Gini weggelockt hat, meine Damen und Herren. Hier ist er für euch, hier ist Christian Feist! Wir begrüßen unseren Mann, Ali Chakichi! Er hat sich belastet, er hat sich in seinem Seger. So, jetzt kommt ein Pant. Er ist der Erfinder der Flugbrücke. Wir haben es geschafft! Als einzigster Spieler, ich werde es zu lieben und wissen, ich stand es da. Und ich dachte, Achtung, jetzt sind wir! Das war natürlich nicht ihr, sondern kein E-Spiel. Denn wer an ihm verfallen wollte, war Silber Schultz. Das war der Spieler. Hatte eine Mischung nach, ob wir so lieben Gottes. Aber er ist ein Riesentyp! Der ist immer einer Fünfergebrücke. Der kommt immer aus der Erziggelehr. Er hat sich mit Donald Külow! Sehr klar! Jedenfalls ein unheimlich, totallicher Spieler. Wir sind richtig froh, dass er heute den Weg hierher gefordert hat. Wir begrüßen herzlich heute! Hallo! Herr Sajjö! Der ist heute 2.02 hierher gekommen. Er hat einen Satz gezeigt, für den diesem Verein immer wieder rasiert. Der ist immer noch ihrem Verein. Ich hoffe, er wird auch immer unsere Hälfte, weil er ist auch eine Ikone geworden! Mann, der Mann! Hier ist Marco Erz-Ginger-Spieler Rundfunk! Und die Reis-Ginger-Spieler Läst-Ginger im nächsten Fall Und 51 zu 25 Toren Die Reis-Ginger-Spieler Uwe Barnes Schön, dass du da bist. Wir begrüßen den Kampfer 2021.